Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Vlog! Ich befinde mich hier gerade im Düsseldorf am Blutkarten. Und hier ist meine Gang. Und ihr seht, die haben alle diese coolen Pullover an, die habe ich extra machen lassen. Denn Queen Maddy turns 24 am 6. November. Wir haben heute den zweiten. Wir kriegen jetzt gleich los, haben hier gerade unsere Tickets abgeholt. Wir trinken jetzt noch ein kleines Guru, wo auch hier übrigens mein Gesicht mit drauf ist. Und da ist Champagne Shower bei Gianni. Jetzt überall ins Gesicht kippen, Digga. Wie wir es von dir kennen aus dem Vanity, Alter. Cindy, was erwartest du vom Urlaub? Ich habe gar keine Erwartung, deswegen wird es richtig, richtig krankgeil. Auch mal durchziehen jetzt, Digga. Auch mal zeigen, Alter. Die Flasche leuchtet aber auch. Die Flasche licht erzielt, ne yhte da э только Leur auf die, man fuer die geier. Ich habe gar nicht da, bis jetzt die fliege die Flasche ebenfalls als Mittelschrolisiere die Flasche. Die Flasche leuchtet be warmth indikten es. Die Flasche sind ein kleines gently, was auch sehr kippt. Die Flasche fuert sich zusammen und derração des Hamboppeldecken! Die Flasche leuchtet werden sich nach Altemmark. Bis zum nächsten Mal. 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 Einmal den Kerzen folgen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.